Ah, das ist ja ganz spannend. Das Teil haben wir demnächst bei uns im Shop. Und wir gucken da mal rein, wie das so ist. Und, ah ja, da liegt die Gebrauchsanleitung, die man natürlich irgendwie lesen sollte, richtig rum. Und da ist das Teil mit mehreren Aufsätzen, die irgendwie gut eingepackt sind. Und die deswegen, obwohl das Glas-Teile sind, nicht so leicht kaputt gehen. Und das Ganze muss dann über einen normalen Stromanschluss angeschlossen werden, mit diesem Teil. Und dann steckt man da einfach die Aufsätze rein, aus Glas. Und dann gibt es hier eine einfache Bedienung am Aus. Beziehungsweise man kann dann mit dem Weiterdrehen, wie das Gerät irgendwie ein bisschen schärfer stellen. Okay.